Hey Salio! Hast du das Dreiteiler? Hä? Bist du Lost? Ja! Lost in Leipzig! Leipzig! Stell dir vor... Stell dir vor, Leipzig Hauptbahnhof wäre schön. Ich weiß, es ist unvorstellbar. Was? Ah! Oh mein Gott! Da war ich bei uns gestern. Ach, wie ist das? Ja, wo ist das? Ich hatte ja eh... Ne Press! Das ist nicht auch so. Stell dir vor, Leipzig Hauptbahnhof ist schön. Ich weiß, es ist unvorstellbar. Bist du nicht mehr? Ach, da kommt der her. 6,60. Stell dir vor. Alter, ganz hinten schon ein Algetten. Warum? Ja, schnell! Sehr schnell bremst die. Er hat schon mal ganze zwei ICs gezogen. Also ich ziehe zwei ja. Zwei Stück. Hier ist die Mobilrucks von ... 1,177, 9,2,6,3,8,5. 12,177, Mach ich nach dem. Gäste. Wie haben soll ich dich triggern? Hä, du kannst das auch? Video, Video, Video Ähm, ähm, äh, hä? Seid ihr dumm? Er passt noch niemals drauf? Stupid, honest? Ähm, Feenleitung, maybe? Ähm, der passt da niemals drauf. Seid ihr jetzt ein Fünfter los? Äh. Alter! Das sieht sehr belastend. Das sieht sehr belastend. Ey, da gefällt echt Strom. Hä? Ja, das ist Heidelberg, der hat nicht. Guck mal, da stehen noch halb auf der Weiche. Eier! Eier! Ja, was ist eigentlich schon jetzt? Das machen wir nicht. Ne, ganz, ganz genau. Vor allem dahin kommt noch ein anderer EZ. Na gut. Naja, wir lassen es einfach mal unkommentiert. Alter, wo kommt der IC4 ist bestimmt hier aus dem Land gefahren. Gott! Hä, scheiße, das machen wir mal hier. Was ist denn das? Hallo? Pfff! Süöh! Oh? So mal wieder auf 100. Wie das aussieht, als der hier steht. Alter, what the fuck! Oh, das ist scheiße. Oh, das ist jetzt auch scheiße. Das habe ich tatsächlich noch nie in meinem Leben mitbekommen. Und ich bin hier fast weg. Ich auch nicht. Genau. Wenn ich das ausgedacht hätte, weiß ich auch nicht. Hä? Was zum? Geier. Getoo aus. Busch. Busch. andon wirkt. Busch. 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 Musik Was hat genau das hier zu bedeuten? Dass er praktisch auf dem Abstellgleich steht. Auf dem halben Abstellgleich steht er. Ja, halb. Aber was denkt sich der Zappen? Doch, er fährt jetzt Zappen los. Nein. Der Zappen war rüber gegangen. Doch, doch, doch. Der Klingfahrzeugküppel ist nicht mehr im Kopf. Ist nicht mehr im Kopf. Aber umgerüstet hat er noch nicht. Im Audio geht es einfach nicht runter. Oh, oh, oh. Sehr spannend. Aha, er fährt zurück. Aha. Er macht einen Rückzug. Er macht einen Rückzug und das war wirklich. Rückzug. Auf einmal steht der IC wieder draußen. Junge, was ist das? Warum fahren die mal vor bis zum... Ich kriege ein Signal, damit die sich anmelden können. Und ich will den叔f den Sk dir öffnen. Ach, er geht nicht so. Abfahrt 16.38 Uhr von Gleis 15, S2 nach Wutterstadt, Ulland, über Landzig, Messe, Abfahrt 16.48 Uhr von Gleis 6, Jan Bietz, Ulland, über Landzig, Messe, Abfahrt, Ulland, über Landzig, Messe, Abfahrt, Ulland, über Landzig, Ich würde sagen, wer fährt in die Abstellung. Er war ein grüner Strahl, ein grüner, gelber Strahl. Urinstrahl. Ja. 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 Ja.